So, moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Gravity Rush Remastered und... Oh mein Gott, ich habe Gravity Rush Remastered gesagt, das habe ich ja noch nie gesagt, oh, krasser Scheiß. Ähm, ja, letzte Folge, ich habe irgendwie schon wieder komplett vergessen, was da passiert ist, ich irgendwie, keine Ahnung. Ich habe gerade eine kleine Gedächtnislücke, ist auch egal. Ähm, so, wo ist denn unsere nächste Mission? Hä? Äh, hier ist gar nichts. Warum nicht? Aber, 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 aber... Äh, wo ist denn... Kann man nicht hier irgendwie noch die Dings wechseln? Hä? Okay. Dann klappern wir jetzt einfach mal die Mission ab? Okay. Keine Mission verfügbar. Hm. Beziehungsweise es wird gerade nichts angezeigt. Ziemlich merkwürdig. Untypisch eigentlich. Naja. So. Ein Gespräch anfangen. Die Regierung ist verdorben bis ins Mark. Sie sitzen den ganzen Tag nur rum und machen sich wichtig, während Hex will, na, äh, den Bach runtergeht. Hm. Sie wirken tatsächlich etwas unentschlossen, nicht? Die Gravitationsstürme und die Nevi werden nicht einfach abwarten, während die Regierung Däumchen dreht. Den, den, den Nelika, ja? Hat recht. Wir brauchen eine Armee und Waffen, um das Problem für ein und für alle mal zu lösen. Ja, ich tue mein Bestes, aber es scheint nie genug zu sein. Vielleicht hast du recht, aber ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Hm. Ein unzufriedener Bürger. Sag mal. Die muss doch irgendwo... Haben wir nicht irgendwo eine Herausforderungsmission? Dingsbums. Hier. Story Mission Episode 10. Sag ich doch. Wir hätten diese... Ja, toll. Wird uns das anscheinend gerade nicht angezeigt. Ähm. Ja. Story Mission Episode 10. Gefährliche Neugier. Befand sich der fehlende Teil von Industria in einer anderen dieser Zwischendimensionen. Es war der dritte und letzte verschwundene Teil Saxville. Ich muss Garde finden, mit seiner Hilfe würde ich ihn zurückkunkern und allen neuen... Äh. Und allen wieder neuen Mut geben. Verdammt. Also manchmal, Leute, wie gesagt, es tut mir echt leid. Manchmal ist irgendwie bei mir ein bisschen, äh... Das Luigi im Arsch. Ihr wisst Bescheid. Oh, jetzt muss ich ganz nach da hinten. Kann ich da nicht irgendwie... Können wir da nicht irgendwie... Ist hier nicht irgendwo da? Dann machen wir doch eine kleine Reise. Nach Vergnügungsviertel in Richtung, äh... So. Zug, komm her. Ach ja. Warum spawnen wir denn eigentlich wieder hier? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich meine, wenn wir... Schon da hinten hin müssen. Ich meine, da jetzt rüber zu fliegen, könnte man theoretisch auch machen. Aber ich glaube, es würde zu lange dauern. Bis wir da drüben sind. Beziehungsweise, ich glaube, das würde sie von der Gravitationskraft gar nicht erschaffen. Ich glaube, da würde sie einfach mittendrin abkacken. Könnte man theoretisch machen, gebe ich zu, aber... Nee. Nee, nee. Wir nehmen den gemütlichen Weg, ne? Bisschen die Aussicht genießen. So, einmal nach... Einmal nach... Plejun, Plegin, was auch immer. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Ja. So. So... Übrigens, ich habe gerade gesehen, wer Interesse an Gravity Rush 1 und 2 hat, das Spiel ist momentan im Angebot für 10 Euro. Ähm, wer das Video natürlich jetzt erst, äh, wochenlang später sieht, da wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein mehr. Ähm, dafür möchte ich mich schon mal entschuldigen. Komm, wir fliegen diese paar hundert Meter noch dahin. Ähm, es könnte sein, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das jetzt ungefähr noch im Angebot sein wird. Und, es könnte sein, dass es auch vielleicht morgen schon nicht mehr im Angebot ist, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es im Moment noch im Angebot für den 10er, der erste Teil, der zweite weiß ich gerade gar nicht. Ähm, habe ich jetzt nicht genau nachgeguckt. Wer Interesse hat, sollte aber ganz schnell mal nachgucken, ob es noch so ist. Ihr werdet leider diese Let's Plays immer verzögert sehen, das heißt, es könnte vielleicht schon zu spät sein. Egal, ich labe immer zu viel. Ist auch egal. Aha, Garde liest Zeitung. Alter, was ist denn hier? Okay. So, er wieder am Zeitung lesen. Du warst ziemlich fleißig, was, Gravy-Königin? Netzes Bild, das war wohl deine Schokoladenseite. Ja, die Einstellung gefällt mir. Anscheinend gefällt dir das Heldentum. Ja, und ich werde weitere Teile der Stadt zurückholen. Gut, dann legen wir los. Miau. Oh oh. Was macht die denn? Nevi Delish vernichtet. Unerwünschte Nevi. Oh. Oh. Das ist, äh, nicht so gut. Gefährliche Neugier. So, Episode 10. Let's go. Bro. Dusty. Dusty. Geht es dir gut? Du benimmst dich seltsam. Miau. Dusty, bitte. Du musst dich zusammenreißen. Wir müssen den verschwundenen Teil der Stadt zurückholen. Ja. Das war wohl nicht so geil. Was er da gefuttert hat. Oha. Wie schnell das runter geht, Junge. Bro. Oh Mann. Das wird jetzt wieder was, Leute. Also einfach mal ein bisschen mehr aufs Fliegen verzichten. Und ein bisschen mehr hier Sidekicks ausführen. So. Wow. Okay. Ey. Hallo. Aha. Sehr schön. So, hier. Hallo. Was machst du? Wow. What? Willst du mich verarschen? Kann man hier... Warum... Warum kann sie sich eigentlich nicht einfach so an... 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 Abhängen so mal festhalten? Ich bin da schon wieder tot. Was ist denn hier los, Mann? Was ist das über für ein Vieh? Hä? Bro. Spiel vorbei. Okay, Leute. Das war's mit dem Let's Play. Ich danke euch fürs Einschalten. Gravity Rush bestes Spiel. Wir sehen uns dann weiter in der nächsten Folge. Scheiße. Mann. Das ist kacke, wenn hier keine... Wenn ich so wenig Gravitationskräfte hab. Boah. Alter, mit einem so einem Schub schon direkt im Arsch. Hallo. Mager, ey. So. Mann. Geht doch. Voll cool. Was ist denn das hier? Ist das das Universum? Sind wir im Weltall? Sieht cool aus. Ein bisschen verschwommen, aber... Naja. So, Jungs. Ich komm rüber. Wow. Was ist das denn für ein Mistvieh, Alter? In your ass. So. Geht doch. Sehr schön. Ach nee, da ist noch einer. Nee, wie besiegt. Jawohl. Nein. Okay. Irgendwas stimmt nicht mit Dusty. Ja. Das, äh... Hab ich auch schon gemerkt. Hallo. Hallo, ich... Manchmal... Oh Gott. Gut, dass hier so viele Dinger sind zum rüberspringen. So, hoch. Mann, 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 du. Warum müssen auch Katzen immer an alles ran? Bzw. Tiere immer an alles ran? So. Es ist so ein bisschen, äh... Jump'n'Run. Der Kack hier. Was heißt der Kack? Ist halt, äh... Blöd, ne? Dass wir jetzt wenig Gravitationskräfte haben. Ist nicht so praktisch. Nein. Oh. Alter, das war knapp. No risk, no fun, ne? Passiert hier noch was, oder? Ne, ich muss rüberfliegen. Oh, das war aber ganz schön knapp. Bruder. Und einmal hoch hier. So. So, sehr schön. Sehr, sehr schön. Was ist das denn, Alter? Ach, das sind diese komischen Zapfendinger da. Da oben. Also nicht das Vieh hier, sondern das da oben am Himmel. Hier dreht ihm Arsch los. Sehr schön. Ja, das wird jetzt ein bisschen länger dauern, glaube ich. Durch die wenigen Gravitationsfähigkeiten hier. Na? Ah, das sieht aus wie so ein Eiszapfen. Interessant. So. Noch einer. Na? So. Nein. Oha. Alter, da habe ich mich gerade erschrocken. Oho. Oh Gott, war das knapp. Das war echt gerade übelst knapp. Okay, nein. Ich scheiß drauf. Ich gehe den anderen Weg hier. Gibt es ja auch Juwelchen. Da sage ich nicht nein. Die kann man immer gebrauchen, die Dinger. So. Sehr schön. Und einmal hoch, bitte. La, 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 la. Alter, was ein strangest Level mal wieder. Warum sollten hier eigentlich über... Ich raffe gar nicht. Warum hier über Weltraumpilze stehen, weißt du? Das ist auch so ein Ding. Die schweben hier einfach in der Luft und drehen sich. Warum? Da oben könnte man noch mal hin. Na, komm runter. Los. Oh, das ist immer so richtig halt knapp mit der Kante, Alter. So. Ja. Alter, ich wollte gerade sagen, ne? Ich dachte, der nimmt nicht auf. Junge. Maga, ich werde schon paranoid. Das ist schlimm. Einfach nur schlimm hier. Und einmal rüber, bitte. Sehr schön. Und die kacken Libellenviecher wieder. Wer hat sie vermisst? Ich nicht. So. Nevi. Zwei von drei. Zwei sind noch übrig. Sind das nur die Libellenviecher? Oh. Okay. Und zack. Nur noch einer. Oh. 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 Was bist du denn? Alter. Äh. Okay. Scheiße, Mann. Willst du das wieder killen? Mit zu wenig Gravitationsfähigkeiten. Safe. Also. Hundertprozentig von hier oben angreifen. Geht gar nicht anders. Anders geht's wirklich gar nicht. Alter. Wie viel Schaden macht der denn? Oh. Mieses Level. Ich hab so das Gefühl, das wird eine lange Folge, Freunde. Oh. Gott. Nein. Warum? Ah. Verdammt. Oh. Geht auch von hier. Oh. Nein. Oh Gott. Oh. Mädchen. Ach. Mistvieh. Hier. Los. Ja. Genau. Da. Da. Das ist ein Mistvieh, Alter. Was soll das überhaupt darstellen? Dinosaurier oder was? Ach Mist. Ach Mist. Mist. Fast hält's mich wieder von der Klippe geschmissen hier. Mann. Mann. Wirklich jedes Mal. Wirklich jedes Mal. Jedes Mal. Sag mal. So. Hier. Da. Geht doch. Mein Gott. Was. Manchmal ist das irgendwie mit diesem System hier, wie der da dran fliegt und den Klatsch ist, ist das manchmal irgendwie nicht gut gebalanced, sag ich mal so. So. Nochmal aufheilen. So. Uh. Nein. Komm her Alles nur für diese Juwelen Wie komme ich denn an den hier ran Hallo Geht doch So komm der muss noch Der muss noch Einfach aus Prinzip So Sehr schön 800 haben wir wieder Fast 900 haben wir Oh das ist gut Nein Oh Alter ich habe keinen Bock Da runter zu fallen Dann heißt es wieder Du musst da wieder Von ganz nach vorne anfangen So sind die Spiele Weißt du Die lassen dich so richtig Da so stehen So Ach man da war schon wieder So ein großer Ist auch egal So Cool Tutorial verfügbar Wobei ein schwarzes Loch herbei Das Nebis uns Verlärmend sieht Oh cool Das heißt unsere Fähigkeiten Verbessern sich auch nur so mit der Zeit Ein bisschen mehr Das finde ich auch richtig nice Alter knapp 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 Leben am Limit Hier Och nö Ist auch Irgendwann mal gut Hier Also man merkt Die Viecher werden Angriffslustiger Jetzt So Und du noch Mein Lieber Du Holzkopf So Einer fehlt noch Wo ist er Da unten Der Kleine hier Der Pups Und tschüss So Einmal Hier rüber Das scheint wohl Der Verschwundene Teil zu sein So Lalalala Und einmal Juwelen Danke sehr Okay Oh man Komm schon das Die Mach jetzt kein Theater Ich brauch dich Miau Was ist denn Nur in dich gefallen Hast du was schlechtes gegessen So langsam Nein Was machst du denn Jetzt aktiviert die einfach Ihre Ulti Was soll der Scheiß denn Nein Boris Warum Das lief nicht so gut Alter sind ja Hä ist das da oben Auf einmal Was Ich verstehe ja gerade Gar nichts mehr Nein Mann Warum bist du denn so behindert Und kickst dich immer Selbst runter Mädchen Hä What the fuck Ey ich komme gerade Gar nicht mehr Ich raffe gerade Gar nicht mehr What the fuck Ich meine Hier Was springt die denn Auch immer so Ganz krasser Boss Freut Okay Es sind halt einfach mehrere Von denen Okay So einer weniger Mager Ne Aber Wollt die mich flachsen Oder was Hängt der da oben rum Oh Knapp Knapp So Kurz noch einmal Loskommen Ja sehr schön Ja sehr schön Die down Die down Alter Verrückt Rapper Junge Achso Das ist das fette Vieh Was wir bekämpfen müssen Achso Ja gut Entspanntes Level hier Das finde ich gut Hier kann man nicht wirklich runterfallen Ups Na Diesmal waren es aber 4 Kicks Äh Ja aber Ah jetzt Okay Oh Man Mist Vieh Alter Da mache ich gar keinen langen Prozess Du Mist Vieh Okay Auch gut Wie einfach meine Ulti weniger Schaden gemacht hat Als der Kick Ja Mager ne Manchmal Manchmal ist Manchmal schwierig hier Also Wenn das wirklich der finale Endboss Von diesem Level ist Dann weiß ich auch nicht Alter Irgendwie ein bisschen Lame Hä Mager das Vieh ist gleich wieder down Was soll denn das für ein Gegner sein Das Flattervieh macht ja nicht mal was So Und finaler Schlag 비슷 oby D .." .." .." .." .. .." .." .. .. .. .. .. .. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.